Hallo, ich sitze gerade in der Bahn Richtung Miho. Ich wollte vorab zum Miho Wasserfall drehen. Man soll es außerdem einen riesengroßen Wald geben mit hunderten verschiedenen Schmetterlingen und überzehnt das verschiedene Arten Insekten. Und man soll auch ab und zu da in Annen klappen können. Ich hoffe, dass so ein toll und guter Spaß mit dem Video geht. Ich bin jetzt an den eben besagten Wald angekommen. Ich muss echt sagen, der Teil hier unten sieht schon echt nice aus. Also kann nur nice werden. Ich bin am Wasserfall angekommen. Man kann dann echt sagen, was man will. Es ist einfach nur wunderschön hier. Schaut euch das an. GELER? 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 Untertitelung. BR 2018 Ich bin dem Weg, den Berg hinauf, jetzt für knapp vier Kilometer lang gefolgt. Ich bin auf einen See getroffen. Und ich muss sagen, die Aussicht ist echt cool. Ich zeig euch gleich nochmal von einer anderen Stelle. Da sieht es auch verdammt nice aus. Aber auf jeden Fall hat sich gelohnt, der Weg. Hier sieht man das Ganze dann nochmal von einer anderen Perspektive. Und auf der anderen Seite sieht man die Wälder. Hier sieht man den Wassersfall nochmal bei einer etwas späteren Stunde. Und dann war es das auch mit dem Video von heute. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017